Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Peter Bauer. Hinter uns liegen schwere Monate, die viel von uns abverlangt haben. Aber mittlerweile wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Es gibt jetzt endlich einen Impfstoff, der so schnell wie möglich verimpft wird. Die Infektionszahlen gehen kontinuierlich zurück und auch die Situation in den Krankenhäusern ist nicht mehr ganz so angespannt wie noch vor wenigen Wochen. Gute Gründe also, um wieder zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken. Privat freue ich mich darauf, endlich mein jüngstes Enkelkind zu sehen, das Ende vergangenen Jahres geboren wurde und das ich leider wegen Corona bisher noch nicht kennenlernen durfte. Und beruflich freue ich mich darauf, in meiner Funktion als Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung wieder mit den Menschen in Alten- und Pflegeheimen persönlich in Kontakt treten zu können. Ziehen wir also alle weiterhin an einem Strang. Dann überstehen wir auch diese schwere Krise. Dann überstehen wir auch diese schwere Krise. Dann überstehen wir auch diese schwere Krise.